Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge Minecraft von Puzzle Yard. Was machen wir denn jetzt hier? Ich hätte mal einen kleinen Tipp für dich, wenn du die Ansprache machst, ne? Nimm einfach mal überall die Pfoten weg, weil sonst kommst du gar nicht mehr fertig mit der Ansprache. Ich habe nur das Zeug vom Mikro weggenommen, baub ich das nicht? Egal, ruhig, was mache ich denn heute Schönes? Ein Plan? Ja, helfen. Das machst du gerne. Oh. Da würdest du vorher schnell was anderes machen in der Folge? Und warum? Ich würde, dass du sieben, äh, dass du das gesiebte ordentlich mit der Dinger zu arbeiten hast, so geht's für eine unendliche Lava-Clare da kommt. Ähm. Sollte sie sich doch gleich machen, wie wenn sie, äh, ein Tom-Dingchen machen? Ja, das bräuchte deine Dinger. Ja, aber ich will ja sowieso Lava-Generatoren machen. Ja. Die kannst du da gleich mit anschließen. Guck mal, komm 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 mal. Ja, komm mal. Wenn wir warten, ist halt Obsidian, oder? Vielleicht. Ja. Ich habe eine Option. Ja. Einmal fahren, oder? Ey, ich wollte jetzt gerade wissen, dass ich einen Kopf mit der... Du kannst ja mal Obsidian-Farmen. Ja, komm mal, komm mal, komm mal, komm mal bauen und du kannst ja grundsätzlich das Dinger bauen. Hab ich doch vor. Ja, da baue ich jetzt da unten zwei Kugelbilds unten drunter und dann können wir da deine Dinger automatisieren. Und dann ist gut. Ich würde doch, äh, Obsidian-Farmen. Ja, aber so viel brauchst du, du brauchst doch nur Geld. Oder so. Ja, doch. Ja, aber brauchen wir so, wir müssen nicht. So. Ja, das ist doch. Ja. Da ist ja... Ja. Aber hier müssen wir sowieso, aber nicht wahr. Mhm. Ich wollte es dann in der nächsten Zeit, ich glaube, ich darf nicht machen. Ja, das können wir gleich in der Anfluss machen. Da können wir irgendwas machen. Ja. Ich höre nicht, ob sie die an. Ich würde dabei die Ödletzen aus. Ich hatte einmal ein mit, äh, wie Manu? Ja. Bleiben kann doch noch kein Wasser. Und dann, auf. Lass mir ja mal ein Gegenchen. Ja. 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 Ich nehme nochmal einen kurzen Ofen. Ich werde dann mal, was lässt sich das auch tun. Äh, ich hab alles rausgeblieben aus dem Alter. Ja, aber ich hab das Brünigelase mal spätestens bei der nächsten Klappkarte. Ja, da hat sich's nicht gelassen. Ja, aber ich habe das Brünigelase mal geschelt. Ja, die ein Brünigelase mal spätestens bei der nächsten Klappkarte. Ich hab das Brünigelase mal geschenkt. So, wir live-schwingen Fotos, was kann ich nicht sehen, oder? Ah, Gott, so kann kein Problem sein. Ich wollte dich eigentlich bitten, dass ich mir mal ein bisschen Lava benutze. Mit einem Heimer sind wir schlecht. Was? Mit einem Heimer sind wir schlecht. Ich soll eine Lava benutzen. Ein bisschen. Ein bisschen. Ja, ein bisschen. Mit einem Lava kommt auch schon ein Schritt. Ich wollte eigentlich den Planen eine Lava-Produktion richtig auszubauen. Aber wir sind ja hier nicht im Sky. Das können wir auf unserer Sky-Welt dann vertreiben. Was? Nein, die Lava-Produktion ist never. Das könnte ich wenn man so Sky-Projekt probieren. Ja, oder? Ja. Und wir dann hier die Lava und die Dippel machen können. So, ich werde die Schmerz. Wir sind jetzt noch die Winschmerz, die wir noch haben. Wir werden die Schmerz. Ich guck's mir ab. Du hast Portage geballt? Reih du. Ah ja. Besser als sowieso hier. Dafür baue ich dann das andere Portal. Ich geh mal drüber. Hasimi? Ist besser wenn ich zu essen ziehe. Warte. Warte. Warte mal, ich hab das Bier weg. Ist voll mit einem Scheiß. Warte. Warte. Kriegen wir das mal mit rüber. Ich mach das jetzt beabsichtigt, falls aus irgendwelchen Fehlern mein Spielstand gelöscht werden muss. Weißt du? Das hatten wir ja schon öfters, das wird nämlich schon in Spielstände gecrashed haben. Dann muss die arme Laudigan sauberes rüber gehen. Dann soll ich das nicht sein können. Dann soll ich das noch ein Problem im Spiel aus derladen Seite schauen. Jetzt mal auf meine Koffer hier. Wann ich mal, du hast noch Weihnachten? Ja ja. Oh Gott, das ist noch ein Vatergast. Ich mach dir noch Eisbewerb damit, oder warum bleib jetzt? Willst du den? Kati, warum musst du mir eigentlich immer im Weg rumflattern? Erzähl mir das mal. Geil, ich bin gerett. Oh man. Gleiches. Jetzt kann ich ja noch mal ein Level führen. Alles gut. Wo bin ich schon ein Level drin? Ich habe der 11. Level jetzt auf 150. Ich weiß. Geh mal, geh ich jetzt noch mal. Andere Richtungen auch. Wieso? Wir können auch verschiedene Richtungen gehen. Ja. Meinst du mich jetzt nicht so starten? Nein. Ich habe keine Fässer. Ja. Nach Süden. Na warte, komm mal ab jetzt hier mal. Ich bin nämlich schon gerade an Schnauze wegen. Ich schnauze. Ich habe noch ein Problem, ich sehe dich heute nicht. Ich bin noch bei dir. Ich sehe dich nicht. Oh, du bist schon weiter hier. Warte. Ja. 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 das ist Stop, ich habe es einen Tekt. Ich habe es einen Tekt. Das ist die Barrier-Liga. Da ist es nicht mehr. Da ist es nicht mehr. Das ist die Barrier-Liga. Jetzt sind es noch drei. So, was sieht das? Das ist ja nur was. Hau, 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 hau! Okay. Habt ihr gesehen? Nee. Ich hab's eh erst gesehen. Nein. Uuuuh. Nicht dabei. So sehen kann man so anders schauen. Ehe so schon nach vorne. Wie du von mir hast, würde man eh schon nach vorne. Ich denke, hier kommt die Adomante. Schau mich auf, was einfach. Was macht die das Blundern? Ich hab mir hier immer auf den Weg eine Kiste geplündert, aber was macht die das? Hat mehr Spaß daran zu spielen als ich. Oh, ich hab gleich einen. Wow. Wieder. Noch einen wieder. Von wo kannst du? Von oben oder von vorne? Von nach oben. Also nach oben kommst du nicht weit. Da ist eine Kiste, die kannst du blundern. Genau die. Hier gerade haben wir noch eine Kiste. Ah ne, die haben schon so blundern. Eine. Eine halte. Da war ne Wand. Da war ne Wand. Jo. Oh, ne Sprechen. Oh, ne Sprechen. Oh, ne Sprechen. Oh, ne Sprechen. Das ist nicht einfach so. Den hab ich immer wie ich bauern. Oh, ne Sprechen. Mach mal rein. Ich glaube mach mal ein Bui. Aber leider nur zwei. Oh, ne Sprechen. Oh, ne Sprechen. Ich hab nen Sinn. Da wuch ich jetzt hingehe. Ich hab noch mehr. Ja. Ja, du bist wieder. Ja, du bist wieder. Ja so. Da kann man auch nicht offen. Da kann man auch nicht offen geben. Da kann man auch nicht offen geben. ich habe hier Und dann die ab, oder so ab hier ist. Ich hab ein. Ja, ich hab von vor, aber auch noch die ab. So. es ist sehr wichtig es ist schön das war keine Quartechs das war das war ja es ist kein Klinik Wir haben wohl gefeilig nicht so wieder das gehalten, aber ich hab gefeilig, vorne nicht. Das war's. Das war's. Hier ist noch einer. 20. Oh Gott, ich habe einen Haufen Fischl. Ich habe einen Haufen Fischl. Ja, ich probiere es nicht. Ja, super. Ich habe sie ja gesagt, wir haben Haufen wieder. Ich habe sieben Jungen davon. Ich habe sieben Jungen davon. Da weiß ich nicht was von, oder? Und noch etwas Wichtiges von drüben? Ja. Ja, sonst können wir deine Protokoll-Tanz-Dinger hinlegen. Ja. Bringen wir mal bitte drei Blöcke von den Never Breaks rein. Ja. 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 Wenn jetzt wir jetzt noch fahren. Wenn man gleich weg kommt. Wieso machen die Dinger so wütig? Hat das nicht alles so an sich was gut schmeckt? Das ist ein Arschloss! Ich habe das richtig schönes Gesicht gekünt. So. So. Das ist noch ein Abbauch. Das ist die Dinkmeer. Coo-Lich ist das nicht so schön. um der hat er die bricht das hat er hat er hat er hat er hier wir gehen mal Das ist ja so. Guck mal. Da rüber. Mach mal die abgeholt. Nein, nein. Nein, nein, nein. Muss ich mal rein oder nicht? Das müsste ich an der Welt nicht. Falsch oder nicht? Das ist nur bei den einen Skypack, äh nee. Break the Ocean ist das so. Das ist komisch. Ich mach schon. Ich mach. Da komm ich mal drauf. Nee, ist nicht, aber dadurch, dass es ist stumm und gewittert, dann geh wir drauf. Wann? Das ist schon immer so. Nee. Doch, bei starken Ohr, da kannst du drauf gehen. Das tut auch mal schrabbi da drauf. So. Was machst du, was noch ich? Ich lade mir doch mal hier in der Kiste. Hm? Ich lade mir doch mal hier in der Kiste. Ich lade mir doch. Ähm, meine, meine Blade Brothers sind da mit drin. Ähm, coole Sache. Ähm, ich komm mich erstellen um die Lava-Produktion hier unten, weil wir sind hier ja schon bald bald auf Lava. Und ja. Wenn ich das dann gepackt habe, äh, gepackt, gepackt, ach. Ich lade mir doch. Ich lade mir doch mal rein. 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 Ok. Und. Ja. Wenn ich das zum Luchbrot in haue, kommt das dann klar drauf. Weis ich es nicht? Und das hat auch ein Problem. Ähm. Ich lade mir doch mal ein Kolo-Problem. Ähm. Was er in… Nö. was ich dich bitten würde kannst du nur Not machen Welche Not müsste ich dir denn? Luftnot oder Wassernot? Drag noch Maserbläule und es donnert von links und rechts so also das kriegt man einfach nicht auf so wenig hätte das gibt nicht Dankeschön und dann und dann und dann und dann ein und dann und dann und dann und dann und dann Man verkehrt sich nicht immer, dass wir diese komischen, blöden, gelligen Erbsen bekommen, ne? Wir haben aber doch verkrochen, vielleicht? Na ja, mal was Neues. Vielleicht doof bin das? Ehe, sonst braucht man keine Sau zu rachen. Ähm... Ich glaube... Oh, frag mal, was ist denn hier los? Nerven klein, wir haben groß. Wir haben groß, Nerven klein, warum? Au! Uh, knackt alle. Putz mich mal ganz kurz ein bisschen hier rein, ja. So, rutsch an die Bullies. Ja. Au! Au! Ich muss auch sagen. So. Au! Was find du denn jetzt? Muss ich beisen? Hm... Hä, da sitzt die Strafe während der Aufnahme hoch. Du hast sie mir gegeben! Du bist schuld! Ja... Du wolltest unbedingt noch was. Knabber. Genau, der kriegt Kumpel zu. Hm... Da möchte ich gar nicht reden. So. Was war auch noch mal. Das war überall Lava. Cool. Hast du noch, äh... Peif? Ja, Peif. Ich brauche mehr was. Ich will das ja komplett verletzen. Ich weiß nicht, aber die wäre ja so viel gleich geworden. Hm? Wieso? Schon wieder zu groß die Welt für dich? Ich weiß nicht. Die Preise. Die Preise. Die Preise. Ja. Ach, Glas. Leib zu Red Phone. Ach, da ist ja nicht so gut. Ach, da ist ja nicht so gut. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ach so. Ähm... Einmal Glas hier. Oder? Nö, ich glaube nicht, ich habe noch so viel gehört. Letizier. Oh Gott. Hast du das? 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 Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Jetzt muss ich was untertitulieren. So... Ich weiß nicht, dass ich meine�ie bin. Ich fahre, ich fahre mal kurz wieder, keine Ahnung. Ich glaube ich will sagen, dass das, das ich sagen. Der Club Disney würde ich eher freuen. Lass mir nur noch mal viel Lava holen. Wow. Du hast nichts gegeben. Ich wüsste schon, dass ich kein Gas-Tennis bestellt habe. Ich habe keine Gas-Tennis-Tennis-Tennis-Tennis-Tennis-Tennis-Tennis. Das ist ein Problem. Ich habe keine Sägen. Hach, das war bei den nüppchen Guccinaler. Richtig. Und nicht ohne Porten geschafft. Das ist immer gut, oder? Mh, mh. Ja, Leute, ich hab fast nach dir den Scheidung getan. Ich dachte mir, wir haben halt noch mal fertig, was du zu machen. Geht das bisschen, ja? Ja, 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 ja. Dann musst du ja dann gleich noch Beine machen. Dann musst du gleich noch Beine machen. Ja. Mh. 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 Also nicht so out of cold a man, das ist jung. Himmelhack und zwar. Ich mein, das ist anders. Und auch mal. Ja, genau. Ich mach mir eine Runde in die Schüssel, ne? Ich schüsse mir jetzt an. So, mal mal gucken. Ab in die Nostalgie und Schüssel 2. Ey, mach's kurz bei Tech, ne? So, ich hab's hier gespielt, ne? So, wir machen mal da. So, wir befinden uns jetzt schon wieder bei 30 Minuten, ne? So, wir haben X2 ein bisschen eine Runde in die Schüssel. So, wir haben sie in die Schüssel zu beitragen. So, wir werden es dann wieder mit den Schüsseler die Schüssel haben. So, wenn ich jetzt nicht so bin, dann kann ich die Schüssel machen. Aber, ja, muss ich jetzt mal. So, dann kannst du erst mal hier. So, dann kann ich die Schüsseli mal hier. So, ich werde jetzt auch weiter. Das ist ein Stück weit herunter. oma-homa 3.5 3.5 3.5 4.5 5.5 5.5 6.5 7.5 8.5 8.5 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 jetzt hier noch ist einfach so nach dem moment war es da das ist jetzt kein 2,6 Meter jetzt werde ich zubauen das bleibt ja eigentlich so stehen wie ich stehe ich brauche später mal noch die die Laboren drunter wandern aber da kann ich noch mal 7 mal reverse light machen weil ich da nur einen Stoff baue und einen Stoff der hier unten nicht vorkommt das ist auch egal also einmal soll ich vergessen das ist nicht so wichtig ich kann euch das vielleicht auch machen nicht oder nicht was ich mache ich mache dann noch ein Kölner und dann wird das ganze Schiff und dann kann ich noch mal eine Kabel stehe mir wieder an Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja, jetzt hab ich fast den Schlaustempfehler aller Zeitung gemacht. Jetzt heißt das, dass ich dann noch so hab angefühlt. Ja, es ist nicht spät, oder? So, tschüss. Keine Sau weiß was. Niemand hat was gesehen. Ja doch, der wird erschossen. Also Bräder ist sie. Wow. Was? Hm. Wie viele Tänkste sind hier so? Nicht viele. Da ist mein Ropsilier an ihr ausgegangen, das ist mein Glas. Ja, das ist gleich echter Weile. Das kommt nicht gut. Ender Tag noch? Ja. Hast du den lieber gemacht? Nee, ich hab mich mit deiner Fauna beschäftigt. Trotz Eichen. Du musst den nun wieder alles selber machen. Ist gut. Hm, gibt's mir ein Problem. Scheiße. Auch bei Ender-Klern. Scheiße. Ich hab's da an. Ja. Dann müssen wir bei der nächsten Nacht in der nächsten Folge. Mal gucken, dass hier ein paar Endermänner kleiden. Oder? Ja. Hättet ihr eine Idee? Ja. Wie wir auf alle Fälle schnell an den Endermann rankommen. Mhm. Und das seht ihr da drüben beim Haus der Sanchen. Mhm. Ja. 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 So. Ja. Ja. Hier ist diese Isolde. Äh, die Wolke. war dasntyre in Reparatur. Ja. Ja. ich dann das Ende entgegenbringe und wir werden uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Und dann sehen wir in der nächsten Folge im Hedgehog 1000 wieder, du hast doch ne Macke, mal kurze Erklärung, weil ich gerade gepiesackt werde. Ceno Girls, jetzt schräg hinter mir, schräg neben mir, wie man das nennen möchte. Die brauchen sich nur grob rumdrehen und schon habe ich so einige Klatsch gekriegt. Das ist schon ein bisschen gemein, ne? Ja, die Folge wird nur noch länger. Du musst sie dann hochladen. Was ist denn das jetzt? Eine Erinnerung für mich. Welche? Egal. Nein. Ah, ich weiß schon warum. Ähm, ja okay. Hier? Hm? Weißt du die Antwort? Hm. Gut, alles doch, ich will zu sein. Weil, das habe ich noch nicht vergessen. Wow. Ähm, egal jetzt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wiederschauen und Eingehauen. Und tschüss. Aber einfach ist mir aufgefallen, ne? Euch jetzt beende offiziell. Wir finden genauso wenig ein Ende bei der Aufnahme, wie ich mit Philipp beim Telefonieren. Komisch, ne? Ja okay, dann tschau. Bis bald. Bis bald. Bis zum nächsten Mal.